Eine neue Trophäe, ein langer Tag. Jetzt glaube ich, dass da die Tage sehr lang sind in diesem Gefängnis. Es ist ja im Prinzip ein Gefängnis. Sehe ich auch so. Und das ist ja, wenn wir gehen. Das ist unsere Öffentlichkeit. Wir müssen einfach ein Weg finden, um ihn zu uns zu holen. Ihr Freund hier möchte uns getötet von Lurkern, bevor Bill kann es tun. Was ist mit dir? Das ist so, wie es mir aussieht. Du wißt du, das ist nicht was er sagt, aber es ist gefährlich. Das ist alles gefährlich! Vielleicht Luke könnte uns helfen. Er ist außerhalb. Er möchte ein Radio helfen, um einen Augenblick auf die Garten zu halten. Danke. Das ist der Plan, ich wähle. Du wißt du über Luke? Er hat uns festgelegt, als Troy nicht zu schauen. Er hat uns seine Pläne. Er hat gesagt, er hat mit dir gesprochen. Wenn Luke sagt, was mit den Garten passiert ist, können wir das nutzen, um ein guter Zeit zu entfernen. Das scheint rechtlich. Wer weiß, wann das sein wird? Es gab eine Frau in Crawfurt, die benutzt die Kirche bellen, um die Garten zu senden. Wir brauchen einfach etwas wirklich laut. Der System der Kalver immer benutzt ist, ist ziemlich laut. Es gibt ein paar Spiele außerhalb des Garten, die auf die Garten zu sehen. Ich sehe ihn, als wir nach der Arbeit gehen. Troy ist immer nach einer von ihnen. Es gibt ein paar auf dem Boden. Ich sehe die Kontrollen. Sie sind in Karver's office. Sie ist richtig. Es ist alles Kontrollen in Bill's office. Es gibt eine Werte, die sie aufrechtert werden. Wie Sie das wissen? Sie wissen, wie Sie das wissen. Ich habe viele von den Anrufen in der Zeit gemacht. Ich habe es aufgerichtet. Ich habe es aufgerichtet. Glückwunsch, es gab nicht viel bei der Zeit, um es zu hören. Es war ziemlich laut, doch. Das ist perfekt. Wir haben einfach nur in seine Arbeit. Warum nicht Sie sagen etwas schneller? Weil es nichts verändert. Es ist nicht eine Diskussion über, wie es zu tun. Es ist eine Diskussion über, ob es ist stupend. Und es ist immer stupend. Die sinnvolle Sache ist es, zu holen Luke den Radio, und warten für eine Öffentlichung. Sie sind wirklich schwer zu dealen mit, manchmal. Penny. Nein, das ist okay. Sie sind nicht genau ein Peach, auch. Luke ist in kein Format zu helfen. Sie wollen unsere Fähigkeit in den Mannschaften? Das ist nicht passiert. Warum können wir nicht beide tun? Selbst wenn wir den Herd mit uns bringen, es ist wahrscheinlich gut für Luke, zu sagen, wo sie kommen. Sie wissen was? Okay. Ich kann das hinterlassen. Okay. So we get that turd radio. He keeps us posted on the Herd's movement. We fire up the PA thing, and bring the walkers to roll over this place. And then what? Get some guns and shoot our way out. I don't know. Whatever we can. We improvise. Then that's not a plan. You don't plan to improvise. I figured out what your problem is. You don't think this stuff through. If the end of the plan is just to stroll through a herd of walkers, then you should know from the jump, there's no way it's ever going to work. Actually. Doch. I do it all the time. First words I ever hear you say, and it's just some crazy stupid shit. Hush. What do you mean exactly? When you cover yourself in their smell, rub the walker guts all over you. I can't tell you from one of them. Now I don't know who's crazier. Trust me. I've walked through herds before. It works. You just have to keep calm and make sure you're good and covered. Lee figured that out. What? It's how we got out of the marsh house. Lee covered me and we walked right through. Really? Holy shit. Oh, good one, Lee. All right. What are we waiting for? Let's get that stupid radio. We still have to find a way to get in the stock room. I got a plan for that, too. Come on, kid. Gonna need your help. Das muss natürlich wieder Clementine erledigen. Sie hat irgendwie Ähnlichkeit mit, äh... Wie hieß sie? We just need to use the winch. She can just climb up from there. Then just drop into one of the skylights over the stock room. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your death. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, it won't support much weight. Come on. Up and at them. Don't push her, Kenny. She's our best bet. I mean that, Clem. Now or never, I guess. Ask my girl. We gotta get that rope down. Mike, you wanna boost her up? Come on, kid. Don't let go. I got you. Oh, wie hieß die denn, Mo? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Molly, genau. Die mit diesen... Die in Savannah, der mal umhergehuscht ist alleine. Also, Jane, seht ihr wirklich ähnlich? Oh-oh. Oh-oh. We're in trouble. Ja. Eindeutig. Also, eine Horde, das ist schon nicht so einfach. Aber wie gesagt, wenn man sich mit dem Blut von denen einschmiert und mit den Gedärmen, das ist eigentlich die beste Lösung, um da durchzukommen. Ähm... Ja, geh erstmal dahin. Ich weiß nicht mehr so ganz, wo ich hin muss. Ich weiß nicht mehr so ganz, wo ich hin muss. Aber irgendwo, glaube ich, war hier eine Öffnung. Aber irgendwo, glaube ich, war hier eine Öffnung. Ach, das Carvers-Büro. Das nützt uns jetzt gerade nichts. Da war, glaube ich, noch so eine Dachluke. Irgendwo. Ach, da hinten. Jetzt hängt sie auch noch fest. Wie sie schleicht, wie das aussieht. Das war klar, dass da einer ist. Das war klar, dass da einer ist. Ja. Ja. Du denkst, Bill... Go on. Ah, es ist... Ich dachte, ob du denkst, Bill, vielleicht... Spit es raus, Hank. Ich glaube, Bill wird nicht wiederholen. Huh. Du denkst? Nein. Du? Ich weiß nicht. Also, wirklich? Keine Scheiße. Du denkst, dass wir bereit sind? Ich denke so. Die Homestead, zumindest. Da hat sie ja Glück, dass die Paletten richtig angeordnet sind. Da hat sie ja Glück, dass die Paletten richtig angeordnet sind. Oh. Dass sie das auch nicht im Augenwinkel sieht. Das muss doch auffallen, wenn da zwei fehlen. Zum Glück läuft sie selber zurück. Oh. Vince, komm mal. Don't give me that. If Bill smells a whiff of smoke back here, he'll flip. What are you thinking? You know what? I'm just gonna tell him. I'm not letting someone else get blamed for this. That's bullshit. Vince. Vince. Vince, come on. Vince. Der war doch dieser Kriminelle. Also der da gerade im Gefängnisbus saß. Wo die solche ausgebrochen ist. Und ich hätte Angst, dass der mich nicht auffängt. Die ganze Zeit sind. Wir Belferieren. Das wäre schön. Troy wird zurück in den Moment. Na? 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 So cool. Thank you, Clem. I told you you probably wouldn't die. Nice job. Thanks. Yep. Yep. Anyway, get some rest. I thought about Duck today. About his dumb little face. First things that come to mind are always the dumb things he was doing. Kid was always running in circles. Every damn place he went, he'd just run. He couldn't stop him. Makes it harder to remember. He was a good boy. Well, long day tomorrow. One long day. Hmm. Die werden mit Sicherheit immer ganz früh schon rausgeschmissen. Oh, was haben wir jetzt für eine gekriegt? Stille Wasser sind tief. Das stimmt allerdings. Someone's got to get the radio out to Luke. What's the problem? We should probably figure out who's doing what before we... Time to get up. Daylight's burning. They let you sleep in, all things considered. Where's my dad? He's where the rest of you are going. To work. Rebecca, Nick, Sarah, Jane. If you've got to take a piss, do it now. The next break won't be for a while. Troy will be coming up for the rest of you. Why just them? Like I said, Troy's coming for the rest of you. Mm-hmm. Clementine should do it. Are you fucking kidding? No offense, but come on. That's crazy. She's a kid. Why would... There's a million reasons. She knows Luke. She can hide. She got the damn radio for us in the first place. Who cares? And I'm sorry, Mike, but I don't know you from fucking Adam. All right? And if I'm trusting someone to do something, this important, I'm trusting her. Kenny, no. Mike should take it. Clem? Why are you pushing her into this? I can do it. It'll work. All right, little chickens. Let's get to pecking. All right. I don't think today's gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster's gonna be surveilling your ass every second of the day. You hear? Got that? I'm afraid I need an answer, girl. Yes, sir. Come on. Oh, you have your pockets all out. I'm sorry, but it's the only way. Gonna get your tags all snagged on something. Let's go. Ich hätte jetzt eigentlich kein Problem damit gehabt, das zu nehmen. Aber ich hatte die Hoffnung, dass es Mike nimmt, aus dem Grund, den ihr dann sehen werdet. Hey, she's with me? Oh, shit. I almost forgot. Yeah. Well, take her then. I don't care. Wait, wait. What's going on? Never mind. Just chores of a different sort. Come on, City Mouse. Can't you cut her a break? She'd really rather keep with us, people she knows. What? What are we doing? Don't worry about it. Come on. I just wanted to make sure you were all right. I didn't believe you when you told me about Reggie. I ran and found Bill once I left you. Figured even if he had done it, he'd make up some sort of excuse. But Bill was just so matter-of-fact about it. Like he'd pulled up a weed or something. Like it had to be done, and that was just one of those moments when your blood runs cold. Goose pimples up and down your arm. Because it turns out the person you thought you knew was never there. You look anxious, Clementine. Something the matter? You know you can talk to me, right? I was dishonest when I first met you, but I swear on everything, Holly, that'll never happen again. I... I need to talk to Kenny. Do you now? I can understand you're uncomfortable. I won't force you to be around me if you don't want to. Go on, back out and be with Kenny. Das hat ja mal was Gutes getan. Oh, oh. Glück gehabt. Ach, das ist doch hier... Wie heißt der? Äh, Wazzle? Auch aus 400 Days.